Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich habe den Abti abgenommen, nach Abschieben. Was? Weißt du, was mich nervt zur Zeit? Wenn du durch Eichstätt durchläufst. Ich habe jetzt nichts gegen Ausländer, aber du siehst einfach nur noch Flüchtlinge. Abti ist gestern ins Gefängnis gekommen. Der Abti? Was? Was ist ein Gefängnis? Das sind wirklich nette Leute, als wenn du mal mehr mit denen machen würdest. Ja, weißt du? Fühlen sich irgendwie auf? Also voller Mist, wirklich. Weißt du, wenn wir das bei denen machen würden, dann würden wir da vielleicht sogar eingesperrt werden. Die halten sich einfach nicht an die Regeln und machen nur scheiße. Man muss nicht denken, dass die alle Deutsche beschleppen. Die Menschen sind nicht so, dass das nicht so gut sind. Warum ist das? Oh Gott, bloß nicht wieder! Weißt du was, Arschloch? Verpiss dich! Ich würde mich diese Woche mal ins Flüchtlingsheim schauen. Klar, dass es unter den Flüchtlingen auch ein paar gibt, die vielleicht nicht ganz so okay sind, aber deswegen sind sie jetzt keine schlechten Menschen oder die haben hier auch ein Recht zu leben. Da ist aber der Unterschied, dass die deutschen Jugendlichen von hier kommen und die Geflüchteten irgendwo von woanders her marschieren. Ich lebe in Deutschland und ich bin hier in Deutschland. Ich bin hier. Ich bin woanders. Ich bin hier in Deutschland. Die grünen Jaen würde sagen. Immer ist es scheinbar. Und die sind hier die Liebe. Und hier sind die Menschen. Sie sind hier nie so verstanden worden. Sie sind hier nicht so sehr. Er hat sich klar, aber ich sage, dass die Leute aus dem Körgelt, und die Leute aus dem Körgelt, die sich schwer tut. Was? Was? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist der Problem? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018